Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag. Wir schreiben schon den 20. Juli 2017 die Geek Talk Daily 166. Und ich habe heute für euch die folgenden Themen mit bereit. Bragg Pickup Point, Google Glass, Google News, Amazon Fresh, Spectacles bei Amazon, Schweizer Industrie, Apple Blocked, Apple Updates und was Neues mit und von der Gear S3 von Samsung. Dann wollen wir doch gleich mal beginnen. Es ist noch nicht so lange her. Irgendwann im letzten Jahr hat Bragg begonnen mit dem täglichen Ausliefern. Sprich nicht nur am nächsten Tag ausliefern, wenn man bis 5 bestellt hat, sondern wenn man morgen bestellt hat, dass es dann auch am genau gleichen Tag noch kommt. Das leider nur in Grossstädten und da wo ich wohne ist leider nicht mit dabei. Hat dann aber auch begonnen, vor circa 2-3 Monaten war das, mit dem Pickup Point in Zürich. So eine kleine, ja, das war eigentlich nur ein Versuch gewesen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und da kann man, wenn man bis 11 bestellt, dann die Pakete ab circa, glaube ich, 17 Uhr oder 18 Uhr bis 20 Uhr abholen. Zürich am Hauptbahnhof. Das Ganze wurde jetzt deutlich aufgebohrt und erweitert, denn ab sofort kann man nicht nur in Zürich, sondern auch in Basel, in Bern und in Winterthur seine Pakete abholen, auf die gleiche Weise. Ganz, ganz cool. Und ja, ich hoffe, da ist bald auch Solothurnen dabei. Noch mehr würde ich natürlich hoffen, dass meine kleine Stadt, Schrägstichdorf, Lachstadt, ja, mein kleines Dorf dann auch mal Same-Delivery-Pakete hat. Aber ja, das ist jammern auf hohem Niveau. Schon am nächsten Tag angeliefert ist ja definitiv nicht schlecht. In diesem Sinne, Top-Brag, weiter so. Die Google Glass ist zurück. Es gab so das eine oder andere Gerücht in der letzten Zeit. Und es ist jetzt so, die Google Glass kommt und wird zurückkommen. Ist schon ein bisschen in gewissen Firmen drin. Heisst aber eben nicht für jedermann den Geek und Nerd von nebenan, sondern eben bei Firmen, Transportunternehmen, irgendwelchen Industriefirmen etc., die mit der Brille Zusatzinformationen angezeigt bekommen und so einfacher arbeiten können. Was ja eigentlich generell sinnvoll ist und wo ich schon zu Beginn der Google Glass den Einsatzort dieser Brille gesehen habe. Aber ja, schön ist sie zurück. Da gibt es ja auch andere Modelle. Epson hatte sowas und andere Firmen. Google News. Google ist daran, das Ganze weiter auszubauen in den Apps. Da kommen Updates und oder sind schon da. Möchte man die ganzen Algorithmen noch mehr verfeinern, dass wenn man etwas sucht, der auch genau das findet, macht ja grundsätzlich Sinn. Und mal schauen, vielleicht installiere ich mir dieses Google News auch wieder mal. Amazon. Ich hatte es ja vorher von Brack, der täglich und sofort liefert. Amazon Fresh, das ist ja das Angebot mit den Produkten, unter anderem den frischen, sprich Lebensmittel etc. hat ja bei euch in Deutschland gestartet. Ich glaube in Berlin und eventuell war München auch. Nee, Berlin glaube ich nur. Und wurde jetzt ausgeweitet. Seit gestern geht das Ganze auch in Teilen von Hamburg. Wer also dort oben wohnt und das mal ausprobieren möchte, gerne tut es und lasst es uns wissen, wie es funktioniert hat. Würde mich doch mal Wunder nehmen. Das nächste Thema, wenn wir schon bei Amazon sind, da gibt es jetzt die Spectacle zu kaufen. Zumindest laut Artikel ist das in Amerika soweit. Ich bin vorher ganz kurz auf Amazon gewesen und habe ein Angebot auch in Deutschland gesehen. Da stimmt euer Preis nicht mit dem offiziellen überein und ich werde nicht ganz schlau, wer der Anbieter davon ist. Also ich denke, es könnte noch ein bisschen gehen, dass das bei uns auch das Fall ist. Aber auf jeden Fall auch sonst auf snapspectacles.com lässt sich die Brille einfach und schnell bestellen, ohne grosses Tamtam. Dann geht es weiter. Die Globalisierung ist ja so ein Ding. Es macht das Arbeitsplätze weggehen etc. Das gleiche ist auch die Automatisierung. Also dass man immer mehr Roboter und Automatismen in den Prozess bringt, soll Arbeitsplätze gefährden. Mittlerweile ist es aber so, dass es auch durch die Automatisierung wieder Arbeitsplätze zurück in die Schweiz bringt. So geschehen zum Beispiel bei Ovo. Ovo Maltine, kennt ihr? Mit denen dies nicht länger geht, aber besser. Oder wie geht der Spruch? Zu viel der Werbung früher morgen. Auf jeden Fall kommt da die Produktion wieder zurück in die Schweiz. Und zwar eben die automatisierte Produktion hat deshalb, also der ausschlaggebende Punkt war deshalb, weil den Brotaufstrich, der vor circa 10 Jahren in Belgien produziert wurde, musste jeweils ein Rohstoff, und das sind eben die 30% Ovo Maltine-Pulver, jedes Mal aus der Schweiz zuerst importieren und dann erst runter mischen. Und da kann man sich jetzt einiges sparen, indem man es eben wieder zurückführt. Mal schauen, welche Firmen als nächstes dann zurückkommen. In die Schweiz, Deutschland und natürlich auch nach Österreich. Da gibt es sicherlich auch das eine oder andere. Das maschinelle Lernen. Das ist ja ein Bereich, wo die ganzen Firmen Google, Microsoft, Apple etc., Amazon usw. ganz stark am entwickeln und basteln sind. Und Apple hat da jetzt einen Blog gestartet. Ja, Apple öffnet sich immer ein bisschen mehr. Man mag es manchmal nicht glauben, aber es ist so. Erst vor kurzem durften sie Forschungsergebnisse zu künstlicher Intelligenz veröffentlichen. Und jetzt eben einen Blog mit dem Thema, wo sie das Ganze für Forscher, Akademiker etc. ein bisschen aufbröseln und Ergebnisse ausgeben. Sicherlich nicht verkehrt drum. Und da darf man ja gespannt sein, was da alles drin reinkommt. Und dann ist, oder war es gestern besser gesagt, soweit. Bei euch haben sicherlich das eine oder andere Apple iPhone, Apple iPad, MacBook oder Mac Mini, was auch immer, Apple TVs, irgendwo rot aufgeleuchtet und euch mitgeteilt, dass ein Update da ist. Wenn es noch nicht getan hat, wird das sicherlich in den nächsten Tagen. Somit wäre es vielleicht wieder mal an der Zeit, wenn ihr es nicht sowieso regelmässig tut, eure Backups anzuschmeissen und dann eure iPads, iPhones und Apple Watches etc. nach dem Backup auch mal abzudaten auf die neueste Version. Vor allem Funktionsverbesserungen, also Sicherheitsverbesserungen etc. Und auch ein paar Performance-Geschichten sind darunter. Wer genau reinlesen mag, wir haben die ganzen Links zu den einzelnen Systemen bei uns natürlich auf daily.geektalk.ch. Und zum Schluss ein kleines Thema, was mich sehr stark begleitet in den letzten Monaten, wenn nicht sogar zwei, drei Jahren, ist das Thema Fintech, also sprich das Bezahlen in Digital. Wir haben ja schon seit über einem Jahr Apple Pay hier in der Schweiz. Wir haben ja auch seit diesem Frühling, wir haben im Geek Talk Mutterpodcast darüber berichtet, auch Samsung Pay hier in der Schweiz. Mit dem Smartphone ging es ja jetzt eben seit circa zweieinhalb Monaten, wo ist das jetzt circa her, schon ein Weilchen. Und jetzt schliesst das Ganze auf, denn ab gestern kann man auch mit der Gear S3 von Samsung, der Smartwatch, bezahlen. Das Ganze, wie es funktioniert, haben wir euch einen Link auf digitaldaily.ch, wo das Ganze schön aufgeschrieben ist und beschrieben ist. Ich muss mal meine Dockingstation, meine Gear S3 suchen, damit ich die wieder mit Strom versorgen kann. Das möchte ich die nächsten Tage mal ausprobieren. Wird sicherlich gut funktionieren. In diesem Sinne, wer mobil bezahlen mag, ist das nicht nur mit Apple Pay möglich, sondern eben jetzt auch mit Samsung Pay am Armgelenk, an der Handgelenk direkt. Coole Sache, weiter so. Huawei, wo bleibst du? Du wärst ja eigentlich der Nächste dafür. In diesem Sinne, das waren die News, die ich für heute für euch zusammengetragen habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Donnerstag. Und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen am Freitag wieder. Somit bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geektop.